hallo hier ist der chris der ck und heute richtig berichtige ich etwas ein bisschen über paar kommentare weil die frage war ob der sound besser ist durch den umstieg auf das android radio und muss dazu sagen ja es ist besser definitiv nachdem ich ja schon im ersten video ein bisschen eingegangen bin auf paar sachen mache ich natürlich wenn kommentare kommen ist der sound besser oder schlechter gibt es negativ sachen oder sonst irgendwas ja also wie gesagt wir gehen einfach mal ins menü rein bei amazon kann nebenbei spielen lassen die musik gehen dann einfach hier rein das habt ihr beim werks radio also in alten werks radio gar nicht da habt ihr nur paar sachen wo ihr praktisch einstellen könnt die sachen hier habt ihr natürlich die möglichkeit surround anzupassen je nachdem wie ihr wollt ich habe das hier so eingestellt hat alles ihr könnt den bass einstellen nettes future konntet ihr vorher auch aber nur auf bestimmte sachen meist hat sich bei meinem werks radio die musik und der bass komplett überschlagen das war ein einziges vibrieren und nein mein auto ist gedämmt also wie gesagt es klappert auch nichts daran es war einfach dass das radio denn irgendwo an seine grenzen stößt das werks radio mit diesem radio ist es natürlich auch so aber auch nur wenn ich volle kanne aufdrehen ihr habt auch die möglichkeit sowie feuer die musik nach hinten zu verlinken jetzt ist sie komplett hinten kann sie auch hinten rechts setzen also so wie ich halt gerade möchte ja zusätzlich noch ein bassfilter den ihr einfliegen könnt für vorne und für hinten vier boxen hat erkannt ich habe nur vier boxen center box habe ich nicht wird aber wahrscheinlich das nächste projekt sein was ich wahrscheinlich noch ein baue vielleicht noch ein subwoofer obwohl ich eigentlich gar kein brauche bei der anlage so wie sie jetzt ist was habt ihr noch für möglichkeiten wie gesagt ihr könnt entweder user machen ich habe müssen selber was eingestellt könnt jetzt auch auf standard machen lauter ihr bemerkt ja schon den bass das bei mir so eingestellt könnte auf standard machen da wird es halt anders dann habt ihr noch rock dann könnt ihr noch soft machen also es verändert sich auf jeden fall entweder man hört es jetzt über das video oder da ist halt schlecht classic haben wir noch drin pop haben wir noch drin ihr könnt auch selber alles anpassen wie ihr wollt jetzt schaltet es halt durch die hall cinema also ist alles möglich so wie gesagt zu raun was hinter einstellen wo es mehr sein soll die musik hinten oder vorne das ist auch möglich alles einzustellen also wie gesagt man kann halt alles einstellen und ja der sound ist für mich mittlerweile sehr perfekt geworden muss ich sagen macht spaß also man kriegt es auch mit dass der sound auch nach draußen mehr jetzt nicht mehr so schrecklich trönen sondern doch er wie es eigentlich sein soll ja das war es eigentlich zu der musik ansonsten glaube ich man kann sogar noch was in der einstellung einstellen wenn man jetzt zum beispiel koffert etwa der war war nicht wird ok kappen vergessen jetzt aber ist auch egal auf jeden fall kann man da auch noch ein bisschen was einstellen und ich glaube hier kann man auch irgendwas mit dem sound noch einstellen genau standard laufstärke kann man einstellen und beim starten könnt ihr zum beispiel auch angeben wie will er nicht ach so dann könnt ihr erst wenn ihr oben an macht ihr könnt die lautstärke beim starten eingeben die geht halt von 0 bis 36 jetzt heißt auf 14 gestellt vorne war es auf 18 dann geht da wieder zurück dann ist das praktisch gespeichert und die ton mischung das ist das praktisch gespeichert und wie gesagt ich denke mal zu dem sound her also meine erfahrung jetzt in diesen vier monaten oder fast fünf monaten ist wirklich das ist das radio läuft und läuft und läuft und läuft und bisher hatte ich nie irgendwelche probleme wegen irgendwas und ja je nachdem was ihr auch benutzt glaube ich ist es natürlich auch eine einstellungssache was sie einstellen könnt halt über die app oder vorne also das ist alles in verschiedenheit aber wie gesagt der sound ist wirklich gut ich hoffe damit konnte ich ein bisschen eure neugier wecken das einzige was ich jetzt halt weiß ist was join eine app vorgeschlagen hat da hat man insgesamt über 80 einstellungsmöglichkeiten des radios und den sound den es halt gibt und das ist dann schon toll müsste ich mal ausprobieren dann werde ich das mal ein bisschen testen und auch noch schauen wie es funktioniert und wie es geht aber wenn nicht schaut einfach mal bei join.com rauf da gibt es eine seite blog und ich glaube in den videos war ein video dabei wo eine andere app zeigt weil diese app die ihr hier vorne drauf habt das ist ja wirklich die die zum radio gehört die standard drauf ist und es gibt ja bei android wirklich die möglichkeit vieles einzustellen und halt auch vieles zu ändern und ja muss man halt schauen wie man das macht ich denke mal muss man einfach mal schauen ich werde nochmal nachgehen und wie gesagt dann werde ich es mal prüfen wie es funktioniert und wie nicht wie gesagt ich bin mit meiner einstellung zufrieden das radio läuft ich bin dann und ja gut ok ja wenn es euch gefallen hat lasst mir einfach mal ein like da oder abonniert mein channel ist natürlich auch eine schöne sache besucht meine webseite zu der webseite muss ich auch sagen ich ändere die stetig jetzt nicht mehr von der domain her die bleibt die beiträge wurden alle aktualisiert auf youtube und auf facebook erstmal twitter bin ich noch nicht zu bekommen und ja diese diese domain bleibt jetzt erstmal und ja schaut einfach mal vorbei ich würde mich freuen auch kommentare fragt was ihr wollt ich versuche es zu beantworten vielen dank und auf wiedersehen so vielleicht